Diese arme Eule erlitt ein erhebliches Trauma. Experten vermuten, dass sie einen Autounfall erlitten hat. Glücklicherweise entdeckten Passanten den verletzten Vogel und riefen sofort eine nahegelegene Tierrettungsklinik an, um die arme Eule zu retten. Die Ärzte begutachteten ihre Wunden und waren schockiert, dass die Eule noch lebte. Angesichts des Ausmaßes der Verletzungen, die Gigi erlitten hatte, ist eine schwere Gehirnerschütterung durch den Aufprall nicht auszuschließen. Zudem hatte sie einige Infektionen und mehrere Parasiten beherbergten sie, was die Sache noch schlimmer machte. Die Besitzerin der Tierklinik beauftragte ihre beste Mitarbeiterin, sich um Gigi zu kümmern. Sie trat sofort in Aktion und wusste, dass ein Leben auf dem Spiel stand und keine Sekunde vergeudet werden durfte. Die Ärzte gingen davon aus, dass sie leider sterben würde, aber das hielt die beiden Tierexperten nicht davon ab, ihr Bestes zu geben. Gigi's Genesung verlief sehr langsam. Sie verlor ein Pfund an Gewicht, was ein Fünftel ihres gesamten Körpergewichts ausmacht. Dann geschah ein wahres Wunder. Gigi begann sich langsam zu erholen und sie entwickelte eine echte Bindung zu Duke. Das war die Tierärztin. Die verletzte Eule machte Fortschritte und sie könnte es tatsächlich bald geschafft haben. Eine Tierärztin beschrieb die Erfahrung als unbegreiflich. Sie sagte, dass Gigi sich in der kritischsten Verfassung befand, wie es noch kein anderes Tier in der Praxis war. Raubvögel wie zum Beispiel Eulen sind in der Regel sehr schwierig zu pflegen, da sie zu streitsüchtigem Verhalten neigen. Stell dir mal vor, du versuchst einem Tier zu helfen und es beißt, kratzt und greift dich im Gegenzug an. Es braucht eine besondere Art von Mensch, um für dieses Tier zu sorgen. Duke ist ein solcher Mensch und seine Frau, die auch in der Tierklinik arbeitet, bewundert seine Arbeit. Sie sagte, sie habe noch nie in ihrer Karriere jemanden gesehen, der so gut mit Raubvögeln umgehen kann, wie Duke es kann. Es ist gut, dass er so viel Übung hatte, bevor Gigi in die Klinik kam, denn sein ganzes Fachwissen wurde benötigt, um Gigi am Leben zu halten. Sie konnte sich zunächst wieder selbst ernähren. Sie nahm das Futter zwar erst nur aus Dukes Hand, aber in den nächsten Wochen lernte sie wieder ihr eigenes Futter zu nehmen. Ein weiterer wichtiger Meilenstein in Gigi's Genesung war, als sie in der Lage war, wieder aufzustehen. Dann wurde ihm klar, dass Gigi auf dem Weg zur vollständigen Genesung war. Duke machte eine kurze Reise aus der Stadt, um seine Familie in Michigan zu besuchen. Er ließ Gigi in der Klinik zurück und in der Zeit kümmerte sich seine Frau um die Eule. Doch als Duke weg war, geschah etwas Emotionales. Ihre Laune sank, ihre Genesung verlangsamte sich und sie schienen reizbarer und unzufriedener zu sein. Die Klinikmitarbeiter stellten fest, dass die Veränderung in Gigi's Gemütszustand direkt mit Dukes Abwesenheit zusammenhing. Andere Klinikmitarbeiter arbeiten mit Gigi und alle bemerkten, dass die Eule leicht feindselig war und keiner von ihnen schaffte es, eine Beziehung zu ihr aufzubauen. Als Duke zurückkehrte, war es ein sehr schöner Moment. Die Reaktion von Gigi könnte Tränen bei dir auslösen. Die Eule fing plötzlich an zu tanzen, als sie Duke sah. Als er zurück aus Michigan kam, schaute er sofort nach seiner Eule und überprüfte, ob alles in Ordnung ist. Als er ihr näher kam, wurde sie immer aufgeregter. Er holte sie aus ihrem Käfig und sie hüpfte auf seinem Arm herum. Gigi wippte mit dem Kopf und führte einen kleinen Freude-Tanz auf. Das ist eigentlich völlig untypisch für einen Raubvogel. Gigi legte ihren Kopf auf seine Schulter und das war ein absolut schöner Moment für alle Beteiligten. Duke war unsicher, was er tun sollte und umarmte die Eule zurück, bis sie ihre Flügel ausbreitete, um ihn ganz zu umarmen. Kein Wunder, dass die herzerwärmten Bilder von Dukes und Gigi's Wiedersehen das Internet in folgenden Tagen im Sturm eroberten. Wir alle können uns glücklich schätzen, dass Bilder von dieser märchenhaften Begegnung gemacht wurden. Kurz nachdem die Fotos der Eulenumarmung viral im Internet verbreitet wurden, kam Duke heraus und erklärte, wie tief ergreifend dieser Moment war. Duke sagte, dass als er klein war, eine Eule der gleichen Rasse auf dem Dach der Scheune seiner Familie lebte. Offenbar war es manchmal schwer, diese Eule zu entdecken. Dukes Vater hatte jedoch ein scharfes Auge und konnte dieses Tier am häufigsten entdecken. Wenn er die Eule sah, zeigte er sie sofort den Kindern. Die Begegnung mit der Eule sei ein seltenes Erlebnis für jeden in seiner Familie, außer für seinen Vater. Dukes Vater schien eine besondere Verbindung zu diesem Vogel zu haben. Er sah ihn über die Jahre hinweg leider immer weniger. Dukes Vater ist inzwischen leider verstorben. Duke erinnert sich ganz genau an den Tag, an dem sein Vater gestorben ist. Er sagte, dass genau die gleiche Eule aus seiner Familienfarm auftauchte. Die Eule nahm Blickkontakt mit Duke auf und flog dann auf Nimmerwiedersehen weg. Es ist vielleicht verständlich, dass Duke so eine gute Verbindung zu Gigi aufgebaut hatte. Gigi bedeutete ihm so viel, dass er beim Umarmen von Gigi immer an seinen Vater denken musste. Er hatte Tränen in den Augen, was auf eine absolut tief ergreifende Beziehung hinwies. Es ist schön, dass wir das Privileg haben, so tolle Begegnungen wie diese mitzuerleben. Gerade wenn man denkt, dass es nicht mehr süßer werden kann, hat Gigi etwas getan, das die gesamte Klinik zu Tränen rührte. Ein paar Monate nach ihrer herzwärmenden Umarmung war die Eule so weit geheilt, dass sie sich vollständig erholt hatte. Das bedeutete, dass die Zeit gekommen war, sie wieder in die Wildnis zu entlassen. Ihre Retter brachten sie zurück an den Ort, an dem sie gefunden wurde. Alle bereiteten sich darauf vor, Abschied zu nehmen. Aber die Dinge liefen nicht ganz nach Plan, denn Gigi hatte eine andere Idee. Gigi wurde aus ihrem Käfig befreit und von Duke und Missy freigelassen. Sie sahen zu, wie sie hoch in den Himmel flog. Aber zu ihrer Überraschung flog sie nicht sofort weg, wie andere Eulen. Stattdessen kreiste sie über ihnen und schaute ab und zu zu ihnen zurück. Da wurde ihnen klar, dass Gigi ihre neue Familie nicht verlassen wollte. Ihr Zögern, sie zu verlassen, bewies Duke, dass er eine echte Verbindung zu ihr aufgebaut hatte und dass er sie für immer behalten wird. Aber die Tierexperten hatten einen Job zu erledigen und winkten, um Gigi zu verabschieden. Und nach einem letzten Anblick war sie weg. Die Klinik-Mitarbeiter weinten gemeinsam, als sie sahen, wie sich die Eule bei ihnen für ihre Hilfe auf ihre eigene Art und Weise bedankte. Schau dir unbedingt noch diese emotionale Geschichte an, wo eine Frau im Tierheim nach dem ältesten Hund fragt. Doch dann geschah etwas Unglaubliches.